Wenn Montagfrüh der Wecker klingelt, ist die Schule nicht mehr weit. Mathe, Englisch, Deutsch und sonst was. Ach, wie werden wir gescheit. Dienstags geht's genauso weiter, fast bis in die Nacht hinein. Wir lernen Wurzeln und Grammatik und sogar was übers Schwein. Doch irgendwann, doch irgendwann fängt das Wochenende an. Keiner holt uns aus den Betten, können vor Spaß uns nicht mehr retten. Aber dann, aber dann fängt die Woche wieder an. Mittwochs Erdkunde, Geschichte, noch ein Heimarbeitsprojekt und ein Überraschungstest soll zeigen, was in uns steckt. Doch irgendwann, doch irgendwann fängt das Wochenende an. Keiner holt uns aus den Betten, können vor Spaß uns nicht mehr retten. Aber dann, aber dann fängt die Woche wieder an. Donnerstag, Vokabeln pauken, eine Arbeit gibt's zurück, sind Fünfen, Sechsen ausgeblieben, hatten wir noch einmal Glück. Doch irgendwann, doch irgendwann fängt das Wochenende an. Keiner holt uns aus den Betten, können vor Spaß uns nicht mehr retten. Aber dann, aber dann, aber dann fängt die Woche wieder an. Freitags sind wir mächtig fertig, doch noch gibt es keine Ruhe. Leider keine Lieblingsfächer, Hausaufgaben auch dazu. Doch irgendwann, doch irgendwann fängt das Wochenende an. Keiner holt uns aus den Betten, können vor Spaß uns nicht mehr retten. Ja und nun, ja und nun, kommt die Ferienzeit dazu. Juhu! 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 Juhu!